Wie ist das menschliche Gedächtnis organisiert und wieso ist das relevant für das studentische Lernen? Im Folgenden möchte ich Ihnen das Multispeichermodell nach Atkinson und Chiffrin vorstellen. Dieses weist drei Komponenten auf. Zum einen das sensorische Register, dann das Arbeitsgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Wenn Stimuli, wie zum Beispiel eine Tafelanschrift oder Powerpoint Slides, auf unsere Sinne treffen, dann landen diese zuerst im sensorischen Register. Allerdings geschieht dies nur, wenn Sie die für den jeweiligen Sinn spezifische Wahrnehmungsschwelle auch überschreiten. Das sensorische Register ist ein unbewusster Puffer und mit einer recht kurzen Verweildauer und einer wahrscheinlich sehr großen Kapazität. Lediglich Stimuli, welche unsere Aufmerksamkeit erregen, werden bewusst weiterverarbeitet und landen im Arbeitsgedächtnis. Alle anderen werden schlichtweg gefiltert bzw. vergessen. Unsere Aufmerksamkeit wird immer dann gekapert, wenn der Eigenschaftskontrast der Stimuli hoch genug ist oder wir, aufgabenbedingt, unsere Aufmerksamkeit auf solche Stimuli lenken. Dies ist übrigens auch der Grund, wieso Handys und Smart Devices die studentische Aufnahmefähigkeit in einer Veranstaltung erschweren können, da Sie potenziell jederzeit die Aufmerksamkeit anderweitig binden können. Das Arbeitsgedächtnis besitzt zwar eine längere Verweildauer als der sensorische Puffer, ist aber fest beschränkt auf 5 plus minus 2 Einheiten. Wir sind also in der Lage maximal so viele Einheiten simultan zu verarbeiten. Man kann sich dabei das Arbeitsgedächtnis als den mentalen Arbeitsplatz unseres Denkens vorstellen. Gelingt es uns, die neuen Einheiten mit bereits vorhandenem Vorwissen aus dem Langzeitgedächtnis zu verknüpfen, dann können diese selber Teil des Langzeitgedächtnisses werden. Wir nennen dieses Anknüpfen an Vorwissen auch Elaboration. Nun, dies alleine reicht aber noch nicht, um die Inhalte erfolgreich einzuspeichern. Regelmäßiges Üben, Wiederholen, als auch die Gedächtniskonsolidierung über den Schlaf, ermöglichen erst robuste Erinnerungsspuren. Wenn uns dies alles nicht gelingt, dann werden auch diese neuen Inhalte wieder vergessen. Das Langzeitgedächtnis scheint nach aktuellem Forschungsstand selber keine kapazitativen Beschränkungen zu besitzen. Einzig der Suchindex, die Erinnerungsspur einzelner Elemente kann, wenn so selten aufgerufen, verblassen. Man kann sich das Langzeitgedächtnis auch als eine Art multisensorisches Archiv oder eine Mediathek vorstellen. Diese ist dynamisch, das heißt, Inhalte verändern sich über die Zeit. Ein großer Vorteil des Langzeitgedächtnisses ist, dass Elemente, die aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen, das heißt ins Arbeitsgedächtnis hochgeladen werden, dieses nicht zusätzlich belasten. Und dies ist auch der Grund, wieso ein hohes Vorwissen so prädiktiv und zentral für den eigentlichen Lernerfolg ist. Je mehr man bereits über einen Sachverhalt weiß, desto mehr Platz hat man auf seinem mentalen Schreibtisch für das Verarbeiten und Verknüpfen mit neuen Inhalten. Das Arbeitsgedächtnis stellt somit den ultimativen Flaschenhals für den Lernprozess dar. Und wenn Sie jetzt erfahren möchten, wodurch und wie genau das Arbeitsgedächtnis belastet wird und was Sie dagegen machen können, dann empfehle ich Ihnen das Video zum Thema Cognitive Load Theory oder aber kommen Sie einfach auf uns zu und sprechen uns an. In diesem Sinne, machen Sie es gut, auf Wiedersehen.